Wir haben uns darauf eingestellt, das ist ganz normal und wir haben das ja jedes Jahr, dass nach den Sommerferien aus einer gewissen Flaute heraus das Fahrgastaufkommen wieder steigt. Da sind wir auch froh darüber, denn letztendlich der Fahrgastrückgang zu Zeiten von Corona und auch während der Schulferien, der hat uns natürlich sehr geschmerzt. Wir haben doch erhebliche Fahrgastrückgänge gehabt. Hallo, mein Name ist Matthias Marschall, ich bin Verkehrsplaner bei den Öffis. Wir haben 130 Busse bei uns im Verkehrsunternehmen im Einsatz, 45 sind bislang ausgerüstet. Ausgerüstet heißt mit Fahrerschutzscheiben versehen, so dass der Fahrer vor den Fahrgästen einen gewissen Schutz hat und demzufolge das Infektionsrisiko für den Fahrer nicht in dem Maße besteht, wie es ohne Scheibe bestünde und damit kann der Fahrerscheibenverkauf wieder aufgenommen werden. Er ist in den Bussen aufgenommen worden, die entsprechend auch gekennzeichnet sind. Und dann ist auch die Vordertür wieder zum Einstieg zu benutzen. Wir haben natürlich gegenüber den Ferientagen ein erhöhtes Verkehrsangebot. Der Schulfahrplan sieht ja wesentlich mehr Fahrzeuge im Einsatz vor als an Ferientagen. Gegenüber den vorgehenden Schuljahren sind jetzt keine Busse zusätzlich mit im Einsatz. Wir werden das beobachten und wenn es denn erforderlich ist, nachsteuern, soweit wir das können. Wir sind natürlich auch mit unseren Möglichkeiten. Endlich haben morgens und auch in der Mittagszeit alle Busse am Start. Die Fahrer sind aufgefordert, uns bei Besetzungen, die halt über das gewöhnliche Maß hinausgehen, dass also zum Beispiel Fahrgäste nicht komplett befördert werden können, entsprechende Meldungen zu geben in eine Leitstelle. Das funktioniert auch. Das war gestern Morgen an ein, zwei Stellen der Fall, wo aber noch Busse hinterher kamen. Wir haben heute das Phänomen gehabt, dass an der Schule zum Beispiel nach der dritten Stunde schon Unterrichtsschluss war. Ja, wo wollen sie da im Grunde genommen reagieren? Unsere Fahrer werden da draußen live überrascht. Selbst wenn wir es von den Schulen eine Stunde vorher erfahren haben, haben wir kaum noch Möglichkeiten, das zu steuern. Denn es braucht immer ein Auto, es braucht Personal, was dann rechtzeitig zur Stelle ist. Und das ist in einem doch sehr durchgetakteten System sehr, sehr schwierig. Es gibt eine Grenze, die der TÜV festlegt und diese Personenanzahl, die zulässige Personenanzahl ist von Bauart zu Bauart unterschiedlich. Über dem Fahrerplatz ist sie jeweils angeschrieben. Da gibt es eine zugelassene Personenanzahl an Sitzplätzen und an Stehplätzen. Darauf gilt es auch immer wieder hinzuweisen, dass also ein Bus nicht nur aus Sitzplätzen besteht, sondern tatsächlich auch Stehplätze mit in Anspruch genommen werden können, auch und insbesondere im Schülerverkehr. Wir sehen natürlich zu, dass die Busse nie bis an die Kapazitätsgrenze gefüllt werden, was schlechterdings auch selten möglich ist, wenn die Schüler Taschen und Sporttaschen noch mit dabei haben. Aber wir müssen natürlich gerade in den Spitzenzeiten darauf drängen, dass alle Kinder auch tatsächlich zum Beispiel bis zum Busende durchrücken und nicht in den Türen stehen bleiben. Wir haben jetzt die Situation, dass wir an einigen Bussen im Moment nur eine Tür zur Verfügung haben, zum Ein- und Ausstieg. Und das ist natürlich ein gewisses Nadelöhr. Aber dem begegnen wir nachher, wenn die Fahrerschutzscheiben komplett verbaut sind, dass also auch vorne eingestiegen, hinten ausgestiegen werden kann, dann ist der Fahrgastfluss auch besser. Und appellieren natürlich an jeden Einzelnen und an die Verantwortung aller, die Mund-Nasen-Bedeckung auch konsequent zu tragen, wie es die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen erfordert. Die Fahrer achten darauf, dass die Fahrgäste den Mund-Nasen-Schutz auch tragen, können im Zweifel über das Hausrecht auch Fahrgäste ausschließen, sollten sie sich widersetzen. Ordnungswidrigkeiten als Verstoß ahnden kann letztendlich nur Polizei oder Ordnungsamt. Wir sind da im engen Austausch auch und es gab schon Aktionen. Es wird auch in Zukunft weiterhin Aktionen geben, wo dann entsprechend auch ohne Vorwarnung sofort sanktioniert wird seitens des Ordnungsamtes. Wir freuen uns, wenn die Fahrgäste sich natürlich an die entsprechenden Regeln halten, die in dieser Zeit leider unvermeidbar sind, also Mund-Nasen-Schutz tragen, sich die Fahrkarten im Moment noch vorzugsweise im Vorverkauf zu beschaffen, wenn das möglich ist, da eben alle Busse noch nicht ausgerüstet sind. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis das dann wieder geht. Und wir freuen uns über jeden Fahrgast, der sagt, ich habe auch die Möglichkeit zum Beispiel nach 8 Uhr zu fahren und muss nicht um 7 Uhr mit dem Bus fahren, wo also erfahrungsgemäß viele Schüler, viele Berufstätige unterwegs sind, die zum Beispiel sagen, ich bin da flexibler und tatsächlich auch die etwas leeren Busse nutzen. Ich glaube, dann hat jeder einen guten Gewinn dadurch.